Wer sind die erfolgreichsten Makler 2021? Das Immobilienmagazin hat diese Frage in der aktuellen Mai-Ausgabe beantwortet. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist Remax nicht nur das mit Abstand erfolgreichste Immobilien-Franchise-System, sondern auch die ganz klare Nummer 1 in Österreich. Mit einem Plus von 26,3 Prozent beim Honorarumsatz konnte die Marktführerschaft deutlich ausgebaut werden. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere 11.000 Kunden, die unsere Remax-Experten im vergangenen Jahr erfolgreich bei ihrer Immobilien-Transaktion begleiten durften. Wir würden uns sehr freuen, auch Sie von unserer Dienstleistung zu überzeugen. Reden Sie zuerst mit uns. Sie werden begeistert sein. Sollten Sie daran denken, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Nähere Informationen dazu finden Sie auf remax.at.